Hi Leute, den Text lese ich jetzt zum ersten Mal vor und das ist auch mein Lieblingstext. Ich nehme den Apfel, beiß hinein. Er schmeckt okay, mehr auch nicht, aber aufessen, das kann nicht sein. Ich lass ihn liegen, vielleicht ist ihn wer anders, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Eine Stunde später, er liegt noch da. Zwei Stunden später, er liegt noch immer da. Am Abend liegt er noch immer da. Jetzt ist er braun, jetzt ist ihn keiner. Naja, er war mal meiner, aber ich wollte ihn nicht und wo er landet, wisst ihr sicherlich. Im Müll. Mit ihm war nichts falsch, er sagte mir halt nicht zu und jetzt ist er im Müll. Verschwendet, verbraucht, vergeudet, ohne Grund. Woanders träumt ein Kind von diesem Apfel, die rote Schale, das fruchtig-süße. Für ihn schmecke er ganz bestimmt nicht fade und es fragt sich, wie lange es noch in dieser Hölle büße. Wir kaufen Sorten an Brot, als wären wir in Not und eins würde nicht reichen und dann vergeht der erste Tag. Es liegt noch da, am zweiten Tag genauso und am dritten noch immer. Und dann, ja dann, wisst ihr, was geschah. Jetzt ist es alt, hart und grün und wo es landet, wisst ihr sicherlich. Im Müll. Damit war nichts falsch. Ich kaufte zu viel, überschätzte mich und jetzt ist es im Müll. Verschwendet, verbraucht, vergeudet, ohne Grund. Und woanders träumt ein Kind von diesem Brot. Der knusprige Rand, das weiche Innere und es fragt sich, wie lange es noch an diesem Hunger verkümmere. Wir kaufen so viel, wir essen so viel und verschwenden noch mehr. Wir sind satt und jeder träumt von dem, was der andere hat. Und versteht mich nicht falsch, Essen ist toll und unsere Kühlschränke immer voll und ich bin dankbar dafür. Aber für viele ist Essen hinter einer verschlossenen Tür und wir machen uns damit kaputt. Einige haben Angst davor, andere messen sich und andere rationieren es sich. Die vielen Geschmäcker, die Farben, Gewürze, Fleisch, Fisch, alles auf einem Tisch. Und klar ist, wir werden auf jeden Fall satt. Doch schaut nur, wie viel jeder hier hat. Es wird so viel. Verschwendet, verbraucht, vergeudet, ohne Grund. So große Auswahl, was möchtest du heute essen? Wo möchtest du heute essen? Dass einige das Essen einfach vergessen. Es nicht beachten und einfach wegschmeißen, verschwenden, verbrauchen, vergeuden, ohne Grund. Und andere denken, Tag ein, Tag aus, nur an das Essen. Ihr Körper lässt sie es nicht vergessen. Ob sie heute überhaupt noch etwas zu sich nehmen, diese Sorge kann ihnen keiner nehmen. Ob sie heute satt zu Bett gehen oder überhaupt den nächsten Morgen sehen. Nun frage ich mich, wie lange, wie oft wollen wir weiterhin verschwenden, verbrauchen, vergeuden, ohne Grund.